Musik 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 Jo Leute was geht und herzlich willkommen Endlich wieder zu Crew Pro Club mit der ganzen Crew Musik Ja Freunde wir sind am Start ich hoffe ihr habt letzte Woche schon die beiden Folgen abgecheckt bei Teasy und bei Eskaliert sind die Aber sie sind richtig eskaliert Wir haben Lauf jetzt Freunde Falls euch Pro Club gefällt dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Checkt die Folgen ab wir haben sogar eine Crew Pro Club Playlist die der gute Benji erstellt und da ist auch noch eine Folge heute online gekommen Also checkt's ab sonst kriegt ihr ein Problem Und ich will Paar Like sehen man ey Der hat Daumen gemacht ist okay Ihr seht hier meinen guten Pro Reinsteigen 1,67 groß 67 Kilo der Bruder hat ein bisschen trainiert Ja ihr wisst bescheid wir gehen rein Die Crew ist da Viel Spiele Einen Sieg Der andere Formation die ist scheiße Die war gut Echt wunderbar gut Heldet du musst auf alle gehen Falsch Warte wer sieht denn die Der ist ein Captain Stein muss mir Captain geben Ne der hat einfach auf alle gehen Du musst auf alle gehen Benji muss Captain geben Ne guck doch mal richtig hin Ja Tommy hat doch Tommy 6 war hat doch Gib Captain Ist doch wieder raus Wieso bin ich jetzt Captain Wär ist denn hier so blöd Stein Du warst die ganze Zeit Captain Nein Doch Nein Doch Halt's Maul Der ist ein Macher Der ist ein Macher Der braucht die Bälle Der ist ein Macher Tom Tankwart wird jetzt alles dafür geben Ich bin ein Siegertyp Man nennt mich auch Mesut Özil Oh das wird eh nur wieder geskillt hier ne Ich bin ein Siegertyp Nein Mr. Assist bin ich Absolut Teesie ich bin da Es wird eh wieder nur geskillt ne Stark Tom Tankwart Kreuzen Jawoll Jawoll Teesie Oh belassen Steck ihn rein Jawoll Schönes Ding man Da ist er Reingesteckt Assist Assist Ja geht doch nie mit uns feiern Digga wie glänzt du denn Das hab ich vom Spiel noch eingeölt oder was ist da los So Silverspray Der ist halt so einer der will unbedingt dass die Fans Da sieht kommt das Silvers aus Ja echt so Digga der braucht die Artikel Der braucht die Artikel Wie ihr einfach nicht gönnt ey Wieso gedacht wir spielen Tekken Make ProClub great again in die Kommentare Wir wollen nächstes Jahr viel ProClub spielen man Vorfügfetze Vorfügfetze Komm vor vor Ich komm wieder Komm komm Ah krass nicht klar Der will mir was von Ego erzählt Die Leute wollen die nur in der Zeitung sehen Stark Bruder Oh Gott jetzt ist er ne Zeitung ne mit dem Abschluss grad Der Robi den ist ja traurig Also ich mein Ist ja Benji auch nicht schon mal passiert Irgendwie ein Lack Kroketter zu viel gemacht oder so Der Abschluss war halt ultra stark Aber ey Benji wer braucht schon 2-0 Kommst du bekannt vor Ich war ja durch Jetzt Ey Stark Extra nicht Der ist Der ist Der ist Der ist Ich warte noch auf 3 Skillpunkte Dann hol ich mir Dann hol ich mir Features stinken Dann hauen die ab Wir müssen uns angewöhnt zu sagen ob du kommen sollst oder ob du lang gehen sollst Ich bin eher so der Kommer Ja Jetzt geh in die Buchse Schön Rabbi schön Wir müssen über die Flanke kommen Ja ja da bin ich Jetzt scharf Komm Tobi Stark Du bist der Assist Stark Wichtigst leh Er ist also der Rabbi der ist kein Selbstvertrauen der Typ Also Stein ich habe irgendwie das Gefühl dein Typ nimmt grad ne Fußballchelle Tut nicht zusammen auf Ne der ist er ist traurig Ja Der Rabbi ist traurig Schn join Ja Und nimm den Finis Nimm ihn FМ DixBow To Ciao igos der kann Ja Nochmal zurück Der macht das Spiel Der länkt Der lenkt Und leitet Ja Boah Ew Everest Warte 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 Ich mach auf Steine Der braucht jetzt ein Tor Ja Ja hoch mit dem Schön gemacht Abgewedelt. Komm jetzt. Nochmal rüber. Shoot! Nein! War doch gut! Steini verstehe ich's. Oh nein! Spiel doch! Warte, war doch gut mal! Die Frankfurt Allgemeine, die riecht da. Ich riecht da. Ja, Tommy, stecken. Kreuze Steini! Lang Steini, du! Schön Steini! Komm, perfekt! Nein! Loser, Schiri, Alter! Der unterläuft! Flank ihn! Bitte! Bitte! Ja! Der war ein ganz starkes Stacking. Steini doppelt! Steini, stecken! Rein stecken! Rücklau! Rücklau! Nein! Scheiße! Das war echt schlecht. Das tut mir leid. Und dann noch einen Foul machen, Alter! Ich seh den Fehler ja ein! Ja, Broski meidet alle außer seinen eigenen Pro. Das stimmt doch gar nicht! Hab ich wirklich im Gefühl, das geht jetzt mal beim Namen. Übertriebene Darstellung wieder. Nee, Broski stand auch in der Zeitung das letzte Mal. Mann! Der spielt nur von Rolf zu Rot. Wollte ich gar nicht! Wollte ich nicht! Jetzt mal ohne Scheiß, ja. Das würde mir wirklich viel bedeuten, im nächsten Übsef zu sein. Jetzt seht mal zu hier. Steini durch! Da kommt er! Was war das denn? Warum machst du denn da so nur in so'n Trick? Die Idee war gut. Muss ich Tankwart in Schutz nehmen, war gut. Nächstes Mal mache ich noch eine Lackepäche. Der geht nur nach oben. Zack! 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 Jetzt auf Tisi! Einfach auf Tisi! War gut! Ich dachte der auf die Ecke auf. Ich dachte der dreht den. Tisi, geh mal auf den langen Pfosten! Vertrau mir mit Kurz! Komm! Komm rein! Oh! Oh! Steini, du bist da, Junge! Ich helb's selbst! Da bin ich! Da bin ich! Und jetzt! Jetzt! Maschala Maschine! Wer findet bei euch die gelben Handschuhe? Das ist ja einfach absolute Ehre, ne? Sieht aus, als wenn der gerade aus der Toilette gekommen ist, um mit zu feiern. Stark Männer! Gutes erstes Game! Ich bin trotzdem traurig. Wir machen Männer für nichts! Ihr seid doch nur Individualisten! Das Ziel ist es! Nächstes Spiel, ne? Voll was besser! Voll was besser! Warte, ich mach's euch mal kurz vor! Vorhin! Simon! Simon! Kann ich putzen? Kommendienstag morgen 9 Uhr! Simon! 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 Ich liebe machen lang! Und jetzt auf den Platz! Ich hab getestet! Ich hab getestet! Männer, wir sind da! Scheiße! Was das denn? Geile Trickers! Wie ne Kreisliga! Den ihr siebte vorne geht ab! Boah! Der geht ab, ey! Ich steh! Ich steh! Ja! Ich steh! 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 Es ist gut! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Eben gefällt mir das, was hier abläuft! Oh! Ach du Scheiß! Genick! Das war ein Foul! Jawoll! Oh, ich wollt's! Ja! Krölek! Der hat Krölek gesucht! Stark, das will ich sehen, Junge! Dann hate ich dich auch nicht! Oh, oh! Be Начale! Oh oh. Komm, Manners 1-1. Zu wenig. Brauchen Sie einen Sieg für den Aufsieg. Ach nein. Ach komm. Ach nein. Das wird so arrogant, Jungs. Wollt ihr euch das gefallen lassen. Nein! Benji, Benji, Benji! Schießt er! Ich hab Schießen gedrückt. Ja, Schießen. Ja, Schießen! Ja! Shoot, Mann! Weniger Druck abgelassen hier. Komm, Männer. Jetzt nochmal. Volles Ding hier. Kapitän, wo ist der? Wo ist die Ansage beim 2-1? Oh nein. Wir geben jetzt alles. Wir holen das noch. Wir gehen Bade gegen Wosan. Die kam zu spät. Die kam zu spät, die Ansage. Mann, das ist doch Kacke, Mann! Ach du Scheiße, geht der doch in den Bade, ne? Die machen schon Fetzen. Ach, und jetzt verhüllen sie uns. Das gibt's doch nicht! Guck dir das mal an! Außer ich bin der Fickfetze vorne, der spielt so geil. Mann, das ist aber auch scheiße! Jetzt sucht er die Fehler bei den anderen. Machen, Steini! Der ruft doch nicht rüber. Ja, komm! Will noch einmal einer meiner Ecken haten? Will sie noch einmal jemand haten? Ich kann da, ich bin ehrlich, ich kann da jetzt aber auch nicht mehr zelebrieren. Das ist kein Teamwork. Das ist kein Teamwork. Wir müssen hier wirklich mal über die Teamzusammenstellung sprechen, ne? Ich verlasse das Team gleich. Fickfetze steht da kurz vorm Transfer. Merdekel, du Scheiße, Alter. Ne, alle Charaktere von den Simpsons hier rumrennen haben. Jo! Barca eSports? Ja, du musst Barca eSports dran. Die wollen Fickfetze verpflichten, soll ich zusagen? Ja, wie würde denn... Ja, aktuell... Es läuft scheiße bei uns. Okay, wir sind weg. Jungs, wir sind raus, Barca eSports hat angerufen, wir sind weg. Ja, was wollt ihr da machen? Tee bringen, Kaffee halten? Der Proski, ich werd grad ganz leise an deiner Stelle. Digga, wann habt ihr das letzte Mal ein Tor gemacht? Ihr könnt nicht mal einen Scheiß-Ball annehmen. Ihr seid so scheiße. Wer steht noch auf unserer Seite, der meldet sich jetzt. Steini bist du bei uns grad? Digga, ihr seid im Sturm und wir haben keinen Sturm. Der Rabbi ist auch gegen euch. Der muss weg. Er bringt Unruhe rein, man merkt's auch langsam, oder? Die Nerven sind bleib. Ich versuch hier alles zu machen fürs Team. Ich versuch alles zu machen. Dein Kiepich steht nur aus rote Fencher, die über deine Männer wehen, du Urstloch. Wo waren die Schwachpunkte? Wer hat eure Forderungen gemacht? Ich hab eure beiden Scheiß-Tore vorgelegt, Mann! Freunde, wo waren die Schwachpunkte? Wir müssen das jetzt analysieren. Also, Rabbi wird verkauft. Wir müssen andere Leute haben im Team noch. Rundherum. Rabbi muss weg, das ist mal der Erste. Muss safe. Bin ich auch dabei. Wien stecken nur ein Spiel auf die Bank. Ja, ey. Punk auf die Bank hat ja nur sechs Spiele, zehn Scorer in sechs Spielen! Ja, und was bringen die Tore, wenn wir verlieren? 240 Passversuche! Wir zählen jetzt! Wie viele Passversuche habt ihr? Wie viele Passversuche habt ihr? Ich hab 240 in sechs Spielen! 240! Wie viele Passversuche habt ihr? 15! Dricksteam!